All day and night you keep me up, non stop, I'm so done, yeah I'm giving you my friend and love, all my love, I'm so done, yeah Dann darfst du erfahren und jetzt zu den Verkehrsschildern übern Bedeutet dieses Verkehrszeichen, Leute? Wer es weiß, lass bitte ein Abo da und ein Like Das bedeutet, ein unser, ich vergesse es doch gerade nicht, ich hab's vergessen, den Namen Aber jetzt will ich das jetzt Was bedeutet das hier? Ja, Achtung, es kommen Kratzers, du spiel, oh du Kratzers Was bedeutet das hier? Was bedeutet das hier? Achtung, Züge, genau, richtig, wer es gerade hat Was bedeutet das? Achtung, eine Brücke Das bedeutet, Achtung, eine scharfe Kurve kommt Und hier steht, Achtung, eine scharfe Kurve wie ein Orden Ich nehme das mal so Das bedeutet, zehn Meter geht es hoch Oder runter, nee, runter geht es Zehn Meter geht es runter Was bedeutet das hier? Was bedeutet das hier? Achtung, Ausgrutsch, Ausgrutschgefahr Ausgrutschgefahr Merkt euch das, das ist Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Also, wie hier waren wir Was bedeutet das? Achtung, der fällst drüber und der Bums macht das Hier ist das gleiche, nur endet Was bedeutet das? Achtung, Vollkratzer Genau, das bedeutet das Also, merkt euch das Vollkratzer Oh, wie habt ihr die anderen gemerkt? Nein, schreibt euch das elf, oder? Bitte schreibt euch das auf, meine ich So, aufschreiben Das bedeutet Ich sag, wir machen das Das bedeutet Wechselspur Wechselspur Hier darfst du vorne und gerade Das bedeutet Achtung, Menschen sind hier Das sind auch für euch wichtig Ich such grad die wichtigen für euch aus, okay? Okay, Leute, das sind die Schilder, die Bei den roten Schildern Ihr beachten müsst, okay? So seht ihr die ersten wichtigen Schilder da Die achten müsst Guckt euch das genau an Und